Hallöchen liebe Shisha-Freunde. Heute eine neue Pfeife für euch auf meinem Kanal. Danke. Sehr, sehr gerne. Grüße. Benni von Shisha-Bahntester am Start. Servus. Und heute haben wir die Invi Nano Ultra-Kompakthooker. Kompakthooker hätte nicht gereicht, man muss noch ultra sagen. Korrekt. Mega-Entwicklung wäre mega-ultra-kompakt. Die würde dann noch ein Stück kleiner werden. Auf jeden Fall ein geiler Zusatznahme. Nein. Statt ein Salzstreuer quasi in der Größe. Ja genau. Wäre eine witzige Idee. Noch ein bisschen schmaler und so. Nein, die Pfeife erinnert ein bisschen an eine andere Pfeife. Dazu kommen wir noch, freundlich. Steht hier am Rand. Vielleicht kommen wir zu. Aber ja, willst du ein bisschen was erzählen darüber? Es gibt sie in Edelstahl und in Alu. Wir haben beide Varianten vorhanden. Genau, die Alu ist jetzt schon aufgebaut. Die Edelstahl bauen wir noch auf. Die ist hier drinnen. Bald ist die schwer. Genau, die stellen wir euch beide gleichzeitig vor. Und ich würde sagen, da wir bei mir zuhause drehen, ist auch wahrhaftige Betonierungszeit. Und wenn wir gescheit reinbetonieren, dann gibt es natürlich auch was. Ja, die Dampflokke, die ist sowieso dabei an. Aber ich meine, da gibt es dann bestimmt auch was für die Zuschauer, wo sie dann auch was machen. Achso, das meinst du. Ja, Gewinnspielfreunde hier. Wir haben, wie ihr vielleicht seht, hier hinten ja auch noch zwei zu stellen. Oh mein Gott! Wir sind so gar nicht im Bild. Extra hingestellt. Nein, zwei verlosen wir auf YouTube. Einmal eine Edelstahl und eine Aluminium. Und eine Edelstahl und eine Aluminium auf Instagram. Aber... Tausend Likes. Genau. Dann gibt es die auf Instagram, die auf YouTube gibt es sowieso. Also die auf YouTube jetzt sofort teilnehmen können, ist teilnehmbar. Ja, aber ihr müsst jetzt die Likes raushalten. Ich blende das Datum einfach mal ein, wie das so circa geht. Ja. Und das tausend Likes. Auf dieses Video jetzt sofort reinbetonieren, Freunde. Und dann gibt es dann nochmal zwei so schicken Dinger zu gewinnen, Freunde. Geil. Geile Aktion, denke ich mal. Kann man sich bei ihm mal hier applaudieren. Der hat das Ganze in die Wehe geleitet. Genau. Und ja, jetzt kommen wir zur Pfeife. Wie gesagt, Tasche ist dazu. Genau, auch bei der Alu. Genau, kannst du ja mal auspacken. Also bei der Alu ist auch nicht dazu. Das ist zufälligerweise auch wie bei der anderen eine blaue Tasche dazu. Ja. Dann wird das ganze Ding einfach nur ausgepackt. Schlauch ist rumgewickelt. Genau, den muss man erstmal lösen, sonst gibt man die Pfeife nicht raus. Genau. Ich finde auch, der Schlauch ist, glaube ich, sogar ein bisschen dickwandiger. Ja, der wirkt ein bisschen dickwandiger als das andere Bekannte. Ja. Ich lass mal hier ab. Genau, können wir mal alles hier zur Seite nehmen. Einfach damit man es mal sieht. Und es fällt gleich was auf. Ja. Ich kann drehen. Ja. Freunde, wir kommen noch dazu. Also haltet eure Kommentare zurück. Wahnsinn. Wirklich. Außer ihr wollt beim Gewinn später nehmen. Dann müsst ihr natürlich... Dann müsst ihr eskalieren. Ja. Aber da müsst ihr zumindest dranbleiben, damit ihr wisst, was ihr reinschreiben sollt. Hahaha. Du Schlingel. So. Also es fällt schon ein bisschen was auf. Es gibt Parallelen. Ja. Ja. Du bist auf das Mundstück hinaus. Ne, nicht nur das. Ne, nicht nur das. Die Tasche hält es eher. Ja. Das ist richtig. Genau. Clearly. Ne, nicht nur D wanted to handelten, wenn ihr so richtig halten könnt. Ist, dass man ja nur Re States, ganz necesita und das hat sich nur noch уст. Das geht wieder nicht, weil du kannst keine Kugel machen. Oder mit Zuhalten? Ja mit Zuhalten. Oldschool mit Zuhalten. Was ich auch besser finde, ihr merkt schon, wir übertreiben hier so ein bisschen, hier ist mal, guck mal bei der anderen. Ah, ja, 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 stimmt, das ist überhaupt, ja, ja, ja. Das ist ein bisschen besser gemacht, das Ausblas-Ventil. Und da oben schrauben wir dann einfach die Kopfhalle drauf. Das ist ja wiesig, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist schon ein Brecher. Genau, unten Diffuser, sogar mal abschraubbar, das fällt mir auch direkt auf. Wenn man dann unten einfach das Tauchrohr, was ins Wasser rein ragt, empfiehlt sich erst das obere aufzuschrauben und dann das untere, weil ansonsten, wenn ich jetzt hier weiterschraube, höre ich nämlich einen Kopfanschluss wieder. Ja, stimmt. Das ist mir vorhin schon passiert. Und das Einzige, was jetzt nicht Edelstahl ist, ist das Mundstück. Korrekt. Das hatten wir uns auch vorher die Frage gestellt. Schlauchfehler ist halt auch dazu, damit es nicht abgeht. Das ist gut, ja, weil der Schlauch ist ja jetzt auch nicht der Größte, also von der Wandstärke. Der muss halt schon so ein bisschen geknickt werden, weil halt da irgendwann mal der Kopf kommt. Ja. Sag ich mal, ich finde auch wirklich geil, das Kopfanschluss dazu. Brauche ich jetzt in dem Fall gar nicht, weil ich einen Silikonkopf genommen habe, jetzt zu bauen. Ach, witzigerweise. Ja. Dann weiß ich ja, welcher Kopf kommt. Ja. Genau, und das ist der ganze Aufbau, Freunde. Also nebenbei beim Erzählen, schönes kleines Ding, Gewicht. Gewicht, ne, du hast mich ja vorher darauf angesprochen, ist, sag ich mal, mehr als eine Kilo Packung Kohle. Ja, also ich würde auch sagen, das sind eineinhalb bis zwei Kilo, was man hier an der Hand hat. Genau, bei der Alu, sag ich mal, ist das weniger. Also ich finde, das ist genauso ungefähr wie ein Kilo Kohle. Wenn nicht sogar noch weniger. Ja, wenn nicht sogar weniger. Ich glaube, das ist sogar noch weniger wie ein Kilo. Genau, vielleicht finde ich es noch raus oder mit Waage, dann blende ich es einfach. Dann genau wird es noch eingeblendet. Jetzt ein. Genau. Was fragen wir beim Hersteller nach? Jetzt kommen wir ja zu den witzigen Sachen. Ich kann ja mal den Schlauch ein bisschen beiseite legen. Was ich jetzt ins Bild hole, ist eine bekannte Shisha auch schon auf meinem Kanal vorgestellt. Auch auf meinem Kanal vorgestellt. Genau, wird oben eingeblendet, die Odoman Micro. Das ist jetzt ein ganz schönes Wirrwarr hier mit den ganzen Schläuchen. Kann ich mal die Alu kurz beiseite nehmen? Ja. Einfach, damit man es mal sieht. Genau. Wir haben einmal die Odoman Micro und einmal die Invi. Die ist sogar ein bisschen größer, die Invi, wie ich gerade sehe. Minimal größer ist sie. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ja, so Daumenbreite. Daumenbreite größer, ja. Genau. Was halt natürlich der Unterschied ist, wir haben es schon angesprochen, was mir jetzt auch für die Schlauchfeder ist kürzer, bei der Invi. Muss die unbedingt so groß sein? Nö, das ist eigentlich Latte. Das ist eine Standard-Schlauchfeder. Ja, das stimmt, oder Schlauch passt nicht mehr rein. Denn natürlich. Das finde ich das größte Manko. Ja, das habe ich auch so. Das Marmeladenglas nicht zum Zuschrauben. Ja, das hat mich so genervt an der Pfeiffer, sonst hätte die echt Potenzial gehabt. Ja. Und bei dir ist der auch, doch, bei dir ist er abschraubbar. Ja. Bei mir zu Hause war es nämlich nicht. Okay. Das ist schon mal anders. Vielleicht hat das Gewinde irgendwie verhakt oder so. Kann sein. Ansonsten, ja, keine großen Unterschiede, sage ich mal. Klar, Kopf am Schluss. Ich finde das Glas, aber bei der auch irgendwie dickwandiger, oder? Also wenn wir jetzt bloß mal das Glas nehmen, das ist doch auch dickwandiger, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, das ist jetzt mal da oben das Gewinde. Aber guck dir doch mal, guck dir mal hier, guck dir mal das Glas an hier und guck dir mal hier das Glas an. Also da könnte ich eigentlich drauf wetten. Warte mal, ich hoffe, es passiert nichts. Ja, das ist dickwandiger. Das ist dickwandiger, oder? Also das ist mir sofort aufgefallen, ja. Du fährst ja, das fässt sich auch so richtig an oder fasst sich so an. Stimmt, ja, definitiv. Also ist schon nicht schlecht. Das Einzige, was ich halt immer noch bei dieser Pfeife so, genau, das ist das. Du musst unten das Glas festhalten, wenn du es zuschraubst mit Schlauch. Das macht ja nichts. Da musst du es halt nicht. Aber dafür kann das Ding halt einfach mal umkippen, ne? Ja, also das ist halt immer noch der Nachte, aber davon ist es halt, sag ich mal, die Kopie oder die besser gemachte Kopie. Ja, genau. Muss man halt ganz klar sagen. Muss man sagen. Wie gesagt, halt als Alu-Variante preislich 40 bis 50. Je nach Angebot oder Normalpreis, ja. Genau. Alu-Pfeife liegt bei 30 bis 40. Genau. Alu-Farben sind Anthrazit, Schwarz, Blau, jetzt nochmal Schwarz, okay. Ich glaube, das ist Dunkelblau. Oder Dunkelblau, Pink, Rot und Grün. Also fehlt noch was dabei. Ja. Die Mikro gab es ja nur damals in der Welt. Eine Farbe, ja. Der Standard-Alu-Farbe. Genau. Ich würde sagen, wir probieren die ganzen Dinge. Wasser rein. Und dann geht's los, Freunde. Yes. So, sind wir wieder zurück. Beide Köpfe sind an. Was für einen Kopf haben wir drauf? Den Kalut, Vidria, Samsaris, Fake. Von Hashtag Wisch. Wisch, genau. Beide gleich. Mit Kohlen und Tabak, was haben wir? Bei dir haben wir den Volchek von Social drinnen. Bei mir haben wir den Pistassi Breeze von Social drinnen. Geständnis habe ich beide noch nie geraucht. Deswegen kam sie rein. Genau. So, Pfeilchen sind an. Jetzt kommen wir mal durchzugstechnisch. Was sagst du? Wir haben natürlich vor ein paar Züge schon mal genommen. Zum Teil sogar besser wie bei einer normalen Skischer. Durchzug ist fast wie Atmen wahnsinnig gut. Wir haben ja auch keine Kugel drin. Ja, der ist wirklich ultra gut. Man hat so einen dezenten Widerstand, aber wirklich, man sieht es am Rauch. Also, das Ding raucht wie eine große Skischer. Ja. Ja, sogar besser. Wenn man sich dann in Frage stellt, ob eine kleine auch so groß raucht. Ja. Ja, läuft auf jeden Fall butterweich. Was halt das Überzeugen erstmal ist, ist halt dieses Gewinnen. Weil es halt dieses Umkippen vom Kopf, also wenn man mal gegen den Kopf kommt, sonst zieht einem die ganze Scheiße hoch. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier rumwackele, das wäre bei der anderen schon mal ein paar Mal gelöst. Ja. Und ich hatte sogar bei meiner das Problem, bei meiner oder meinem Mikro manchmal lag die Dichtung, wenn die nämlich erst auf dem Glas drauf lag, glaube ich, dann war die undicht. Die muss wirklich immer unten drin sein. Ich weiß nicht, ob du das damals auch hattest. Ja, doch, doch. Und hier finde ich das auf jeden Fall besser gelöst. Verarbeitungstechnisch, finde ich, hat die Alu ein paar Macken drin. Oben am Gewinde nur aber. Von außen jetzt nichts. Von außen sieht man nichts, nee. Also nichts gravierendes. Und genau eine Stelle ist so am Glas. Das ist aber ein Sprung, also nicht ein Sprung. Also das ist irgendwas mit dem Glas, das ist jetzt nichts. Ich denke mal, das kann auch bei der Produktion zustande kommen sein. Wie bei den Glasbläsern und so weiter, dass sie so Lufteinschlüsse haben oder so. Also das hat damit vielleicht... Also es ist jetzt nichts gravierendes, es zieht nicht Umluft, also nicht Außenluft. Man sieht ja, wie es raucht. Es sieht auch kein Wasser aus. Genau so, dass man es ja hören kann. Nee, es liegt definitiv im Inneren der Bowl, von daher absolut überhaupt nicht beeinträchtigend. Ja, Wasser schon muss man natürlich noch ein bisschen aufpassen, weil ich habe nämlich schon einmal zu stark gezogen. Ich habe nämlich ein, zwei Wassertropfen im Schlauch. Okay, bei dir gar nichts. Vielleicht ziehst du auch einfach zu stark. Ja, Power-Lunge ist am Start. Nee, was gibt es von dir zur Pfeife noch zu sagen? Fällt dir noch was ein, was du loswerden willst? Also ich finde es gut, dass direkt mit Schlauchfeder, Alumundstück und dem passenden Silikonschlauch kommt, weil den kann man ja so nicht einfach nachkaufen, weil das eine Sondergröße ist. Ja. Das Auspustsystem finde ich besser, weil man da direkt das ganz normale Muffensystem hat, inklusive den drei Löchern quasi, wo man eben dann auspusten kann. Das sieht auch übrigens sehr, sehr cool aus. Ja, das sieht am Kopf so hoch. Ja, das sieht ganz cool aus. Dann, dass die Kopfgummidichtung gleich mit dabei ist, die passende, weil ich sage jetzt mal hier, der Kopfadapter ist ja jetzt auch kein Standard. Ja, der ist schon ein bisschen länger geworden. Deswegen finde ich es gut, dass hier diese besonders angepasste Kopfgummidichtung mit dabei ist. Die passt dann auch für jeden gängigen Kopf. Also und alles andere hast du eigentlich schon angesprochen. Genau, ich finde es halt noch super, dass es wirklich ein Komplettset außer Kohle, Tabak, Zange unterhalt anzunehmen. Kopf. Sag ich mal, genau, im Kopf. Das muss man sich halt dazu hören. Meist hat man schon da. Ich sage mal, ich finde es immer noch perfekt für unterwegs. Perfekt her sogar. Ja. Weil das ist jetzt zum Beispiel, ich würde sogar, wie uns Felsen denn sagen, Auto geeignet. Also das war bei der anderen noch das Problem so. Ja. Aber wenn man jetzt einen breiten Getränkehalt hat und wenn man jetzt am Saris Vitra, Mega. Ist das schon so Auto geeignet so. Wäre eigentlich mein Versuch wert, ja. Oben Draht noch überbiegen, dass der Lotus nicht runterfallen kann und dann ist das Auto geeignet. So, also ist schon echt geil. Halt, Tasche ist auch mit dazu. Ist auch gleich mit dabei, ja. Preis kann man halt echt nichts gegen sagen. Ich finde, die Edelstahl-Variante finde ich vom Preis her irgendwie noch ein bisschen geiler als Alu, weil halt Edelstahl besser verarbeitet ist. Zerkratzen ich jetzt nicht so schnell, wie die Farbe abgeht. Also bei der Edelstahl, ich habe die Gewinde mal kurz angefasst so, wo er die Köpfe gebaut hat, nicht geschnitten, gar nichts. Also das ist natürlich immer super. Das kann halt bei Edelstahl austreten. Joa, da ist eigentlich schon alles gesagt. Das Einzige, was mir gerade so auffällt vom Glas her, wenn du mal so guckst, siehst du einfach, also das Glas sieht gleich aus wie zu der, nur dass die Stelle einfach nur eingedrückt ist. Ja, ja, stimmt, ja. So mittig geteilt ist, ansonsten, also ich muss sagen, es ist wirklich die bessere Nachmache, der bessere Fake. Also das Fake ist besser als das Original. Genau. So wollte ich das sagen, ja. Ja, stimmt, das finde ich auch, definitiv. Also weil halt man wirklich, sag ich mal, der Hersteller irgendwie, hat scheinbar die Videos gesehen und dann hat sich halt einfach gedacht, okay, da muss ein Gewinn dazu und vielleicht das ausblast und hier ein bisschen sexier und dann läuft die Sache so. Und sieht auch sehr, sehr geil aus und ja, ideal für unterwegs und auch nicht schwer und auch nicht so preisintensiv und auch nicht unbedingt viel teurer wie jetzt das Original. Von daher definitive Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Von meiner Seite aus muss ich auch sagen, meine Empfehlung geht da. Ja, egal ob jetzt Alu oder Edestad, sei mal dahingestellt, aber halt das Gewinne ist halt, es muss nicht immer Schliff sein, aber Hauptsache irgendwas so anstatt nichts. Hauptsache es bleibt zu. Ja, das ist halt also weiterempfehlung. Denkt ans Gewinnspiel. Genau, Gewinnspiel, Freunde, da haben wir ja noch was. Tausend Likes erreichen und ihr sollt ja bis zum Ende dranbleiben. Genau. Schreibt doch einfach mal Hashtag DürletSWT in die Kommentare, weil wir halt noch zusammen Videos machen. Das ist für YouTube dann, genau, um mitzumachen. Was sonst noch? Genau, Abonnent sein. Von uns beiden? Ja, von uns beiden Abonnent sein. Genau. Und Daumen hoch. Daumen hoch, genau. Steht aber nochmal in der Videobeschreibung unten, Freunde. Genau. Genauso wie die Produkte, die sind auch verlinkt. Genau, und für alle die, die kein Instagram haben, unterstützt trotzdem, gibt den Instagram-Leuten eine Chance. Und ihr gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Ihr könnt ja bei YouTube mitmachen. Genau, ihr könnt bei YouTube mitmachen. Also lohnt es sich ein Zweier sein. Und für alle, die beides haben, haben halt die doppelte Gewinnchance. Richtig. Weil wir verlosen ja das Identische nochmal auf Instagram. Genau, auch eine Gratze und eine Silberne. Genau. Also, mitmachen. Und was es bei Instagram dann für Teilnahmebedingungen gibt, das seht ihr da natürlich auf der Instagram-Seite. Und wann es dann startet, wenn jetzt die Tausend in einer Stunde erreicht sind, dann startet es auch nicht direkt sofort. Ja, ja. So, Freunde, gebt mir da immer noch ein bisschen Zeit. Kommt kurz drauf dann auf jeden Fall, ja. Genau. Genau. Dann haben wir alles genannt. Preislich haben wir auch genannt. Jawohl. Shop-Links stehen in der Beschreibung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe doch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt Links in der Beschreibung, link zu seinem Kanal. Alles entweder hier oder Infocard oder Beschreibung. Drei allerlei Möglichkeiten. Genau. Einfach mal abchecken, ihr findet mich auf jeden Fall. Genau. Bis dahin, macht's gut. Wir wünschen guten Hauch. Servus. Servus.